Musik Liebe Gäste, ich freue mich sehr, dass Sie alle so zahlreich gekommen sind. Nach Hohenlohe herzlich willkommen im Haus der Bauern bei der Akademie für ökologische Land- und Ernährungswirtschaft bei der bäuerlichen Erzeugungmannschaft Trebisch Hall. Und es freut mich, dass alle gekommen sind, von Demeter Bioland, Naturland über die Vermarkter, unsere Partnerinnen in der Vermarktungsszene, herzlich willkommen im Haus der Bauern. Sie haben es ja schon gesehen, wenn Sie reinkommen, hier sehen wir die Bauern aus 1524 in der Bauern, zur Zeit der Bauernkriege, der Bauernbefreiung, der ersten Erhebung unserer Vorfahren. Und wir sagen immer ein bisschen süffisant und nun haben die Bauern das Haus mit friedlichen Mitteln eingenommen. Und das ist auch der Ziel und Zweck, weshalb wir hier uns engagiert haben. Wir möchten hier einen Nukleus für die Agrarwende etablieren. Hier die Akademie für ökologische Land- und Ernährungswirtschaft, dass unsere Botschaft Platz, Raum greift, dass ökologische Landwirtschaft eines Tages keine Nische mehr ist, sondern die Mehrheit. Nach den ersten Öko-Feldtagen auf der hessischen Domäne Frankenhausen, nun also die ersten Öko-Marketing-Tage hier auf dem Bauernschloss. Und so muss es sein, wir sind mitten in der Gesellschaft angekommen und setzen die Trends, Wir entwickeln die Zukunftsvisionen für ökologisches Handeln und Wirtschaften. Dieses Haus gehört nun der Stiftung Haus der Bauern und ist die letzten drei Jahre jetzt ausgebaut worden, so dem wie wir es jetzt antreffen. Natürlich sind wir noch nicht am Ende angelangt. Wir eröffnen demnächst das Tagungshotel hier im Hause. Aber wir haben insgesamt neun Gruppenarbeitsräume und hier die Aula, also ein idealer Platz, auch sich in Zukunft hier zu diesem Thema zu treffen. Ich danke an dieser Stelle allen unseren Partnern und Begleitern, welche die Einrichtung dieser Akademie ermöglicht haben. Das ist zunächst Prof. Dr. H. C. Muld-Hartmut Vogtmann, Prof. Dr. Muld-Angelika Blöger. Und natürlich auch Prof. Dr. Hamm, alle von Kassel-Witzenhausen. Dann natürlich auch die Hochschule Triestorf, welche den größten Anteil am Gelingen des heutigen Tages am meisten dazu beigetragen hat und mit welcher wir dieses Jahr auch erstmals eine Summer School hier durchgeführt haben. Und ich darf noch auch erwähnen, die Boku in Wien mit Prof. Dr. Bernd Freyer. Und als Emerging Case sozusagen ist auch Frau Prof. Dr. Graf unter uns. Es wird auch hier die Hochschule Heilbronn künftig ihr Debüt geben. Also hier haben wir auch schon Seminarformate aufgebaut und etabliert. Den Biobotschafter, die Fachkraft Bio und so weiter. Es ist unser Anspruch, dass wir hier diese Message in die Welt hinaustragen. Und letztes Jahr hatten wir hier diesen Global Peasants' Rights Congress zum dritten World Organic Forum, das hier stattfindet. Und sozusagen Schmunzeln ist erlaubt, als Antwort auf das World Economic Forum aufgebaut wird. Ja, ganz im Sinne der Sustainable Development Goals, das passt auch zu uns. Wir sind ja auch, wie Sie wissen, seit letztes Jahr als NGO Mitglied bei den Vereinten Nationen im Wirtschafts- und Sozialausschuss mit Rede und Vorschlagsrecht, also am Puls der Zeit. Nun begrüße ich alle Partner und Redner dieser beiden Tage. Danke jetzt schon für Ihre sicherlich hochinteressanten und zukunftsweisenden Beiträge. Namentlich darf ich erwähnen Herrn Prof. Dr. Götz Rehn, Gründer und Vorsitzender von Allnatura. Dann Vorstand Jürgen Mäder von EDK Südwest. Thomas Gut-Berlitt, Geschäftsführer Tegut. Herrn Ries vom MLR habe ich gesehen. Herzlich willkommen. Heute Abend kommt ja die Staatssekretärin zum Konferenzdinner. Ich darf Herrn Prof. Dr. Hamm haben, habe ich schon begrüßt. Und natürlich dann von Slow Food, Herr Flesch, der Ursula Hatzen vertritt. Herzlich willkommen, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Und dann aus die Krex aus der Verbandsszene. Felix Prenz zu Löwenstein als Vorsitzender des BÖLW. Dr. Alexander Gerber, Johannes Kamps-Bender, Vorstände von Demeter. Jan Placke, Präsident von Bioland und Eifarm. Kommt morgen. Dr. Christian Eichert, Landesgeschäftsführer Bioland und Clemens Fischer vom Institut für Marktentwicklung. Dann die Damen und Herren Professoren Dr. Bräunig, Michels und Pflanz von der Hochschule Triestorf. Herzlich willkommen. Frau Dr. Graf habe ich schon erwähnt. Und Herrn Prof. Dr. Lulay von der Hochschule Eberswalde. Eberswalde und alle weiteren Vertreter von Wissenschaft und Forschung. Darf herzlich begrüßen auch die Vertreter der Politik, Harald Ebner, Jutta Niemann, Harald Ebner als Bundestagsabgeordneter, Frau Niemann, Landtagsabgeordneter von den Grünen, Herrn von Eib, Landtagsabgeordneter von der CDU, stellvertretend für alle weiteren Teilnehmer aus der Politik. Liebe Kollegen aus der Landwirtschaft und Vermarktung, Friedemann Vogt von der Demetermolkerei Schrozberg, stellvertretend auch für alle Stakeholder aus der Bioszene. Morgen wird ja dann auch noch Frau Annalena Baerbock, die Bundesvorsitzende der Grünen, zu uns stoßen. Und heute Abend, wie bereits erwähnt, Frau Staatssekretärin Gurr Hirsch. Begrüße insbesondere auch die Presse, welche sehr profund und zahlreich vertreten ist, insbesondere auch die ARD-SWR mit einem Übertragungswagen. Gleich zu Beginn meinen herzlichen Dank an Christoph Zimmer. Lieber Christoph, zeig dich doch mal. Und einen Applaus für den Christoph. Applaus Vielen Dank lieber an Christoph Zimmer und Team, welche in besonders engagierter Art und Weise diese ersten Öko-Marketing-Tage vorbereitet haben. Ihnen und uns allen wünsche ich gutes Gelingen, gute Impulse, guten Austausch im Sinne der ökologischen Weiterentwicklung unserer Land- und Ernährungswirtschaft hier am Nukleus der Agrarwende. Hier mit sind die ersten Öko-Marketing-Tage auf Schloss Kirchberg eröffnet. Herzlichen Dank und ich darf auch gleich an Christoph Zimmer weitergeben, der die Gesamtleitung innehat und moderieren wird. Herzlichen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.